Freunde, endlich ist es soweit. Overwatch ist draußen und wir können Overwatch suchten. Lang genug drauf gewartet. Beta gespielt, Beta gesuchtet. Ihr wart wahrscheinlich alle genauso verrückt wie ich, alle dabei. Ich hatte diverse frustige Momente, muss ich zugeben in der Beta. Zum Beispiel bin ich nie in diesen einen Bildschirm gekommen, wo es hieß, boah, geilster Typ. Hier sein Highlight des Tages. Das hat mich zum Beispiel gefrustet. Aber okay, auf Knopfdruck der Geilste sein geht halt nicht. Von daher, wunderbar, Spiel ist draußen und der Let's Playmaker wird auch mit Suchten. Auf geht's. Was können wir machen? Aha, okay, also Quick Play. Genau, das ist dann unser Team Fortress Klon. Hier können wir gegen die AI spielen, das ist langweilig. Hier können wir selber ein Spiel aufsetzen, das ist auch langweilig. Und hier gibt es den wöchentlichen Brawl, Embrace the Mayhem Arcade. So, was sind die Details? Kann ich jetzt mal kurz lesen hier? Details. Sehr viel Leben. Ne, also für die erste Episode hier, was ich auch geplant habe, Twitch-Suchten hin und her, das Ganze dann auf YouTube zu verlängern. Hab also auch einen YouTube-Kanal, haha, schöne Überleitungen. Gerne da mal reingucken. UFC 2, Hearthstone, Uncharted 4 und so ein Quatsch. Also würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Aber in jedem Fall, darum sollte es nicht gehen, Quick Play rein damit. Searching for Game, sofort Game gefunden, klasse. Ab nach Ägypten, war in der Beta auch drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob alle Maps auch in der Beta zur Verfügung standen. Kein Plan. Aber in jedem Fall, die Map kenne ich. Gibt keine Ausreden also. Ja, da noch keiner im Chat zu sehen ist, gibt es keine Abstimmung, welche Klasse ich nehmen soll. Unser Team braucht einen Tank. Okay, Tank kann ich nehmen, kein Problem. Wo ist denn hier? Der Roadhog war ein cooler Tank. Nehm ich. Ja. Auf geht es. Ping eben gecheckt. Ping war super. Auch hier keine Ausreden. Ich bin ein Ein-Mann-Apokalypse. Ja, Apokalypse. Was schaust du? Gucken wir mal, wie schnell wir in die ganze Geschichte wieder reinkommen. Noch 20 Sekunden bis zum Spaß. So, was ist das hier? Das Ding ist das Herholen. Genau, das ist Heilen. Wie war das nochmal? Hier nach links drücken. So, Short Range und Medium Range. Gleich geht es los, oh mein Gott. Oh, schön gesprayt. Super geil. Give him! Aha, Domination ist es. Oh, wäre direkt platt gemacht. Lecker und ist falsch. Und direkt down. Yay! Läuft bei mir. Ole, ole. So. Und respawn und weiter geht's. Immer weiter. Haben wir einen Highline in der Gruppe, der sich vielleicht mal um mich kümmern könnte. Ui. Und wieder down. Läuft doch. Kein Stress. Muss erst mal reinkommen. Lalalalalala. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie aus der Nummer rauskommen. Nein. Oh. Ey, ich hab ihn kaputt gemacht. Wuhu. Who's Boss? Läuft bei mir. Oh. Ja, wieder gut. So, jetzt heilen wir uns mal schnell hoch. Das kann er nämlich auch. Super. Läuft. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Heilung, Heilung, Heilung. Habe ich einen Heiler? Da ist ein Heiler. Tatsache. Da wieder hoch. Ach, wieder kaputt. Ach, das war dieser Drache. An den Zaun erinnere ich mich. Ja. Sieht ja nicht so gut aus für mein Team. Oh, wir attacken jetzt gerade, oder? Sehe ich richtig? Zack. Bäm, jawoll. Ui, der nächste. Und will hochheilen. Auf geht's. So, jetzt gibt es hier die Special-Wumme. Ja, guck. Ah, schade. Das roch für einen Moment nach. Ich weiß, was ich tue. Sehr stark. Aber wir scheinen das Ding gerade einzunehmen, wenn ich das oben richtig deute. Und dann hätten wir Punkt A. Ja, guck mal. Super. Sag mal, nicht, dass ich da nichts hinzugefügt hätte. Sehr stark. Sehr, sehr stark. So, auf jeden Fall, dass sich schon jemand in den Twitch-Chat verlaufen haben sollte. Schreibt doch was. Sagt mal hallo. Gibt mir Tipps. Wer spielt's auch schon? Wer hat's schon gespielt? Wer fand die Beta doof? Wer findet mich doof? Mir egal. Auf geht's. Ja. Ui. Wieder ein Plug gemacht. Loil. Guck mal eine an. Ja, der Let's Playmaker weiß, was er tut. Juhu. So, hier kommen wir nicht durch. Wieder was gelernt. Mann, sind die nervig, die Dinger. Wo sind die denn? Jetzt haben wir mal her. Ah, da kommt der Drache. Diesmal nicht. Nimm drin gestanden. Wollen wir mal nachladen. They have a Teleporter. Mhm, Teleporter. Oh Mann ey. So süß die aussieht, die nervt. Tracer nervt. Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich doch Schritte gehört. Das ist das Schöne von einem duften Headset, man hört immer, wenn man platt gemacht wird. Super geil. So, ganz entspannt noch. Über fünf Minuten Zeit, das Ding zu gewinnen. Ja, gut. Schön, schön, schön. Hier mal links rum. Nicht so genau mitten rein. Ja, Tracer nervt. Ah, so viel Reichweite hat die Kette dann doch nicht. So, jetzt mit dem Special vorne rein. Ja, voll, machen wir mal. Und drin sind wir. Komm schon, ja. Nein. Nein, kurz vorm Sieg. Noch abgefangen. Egal, noch immer vier Minuten. Locker bleiben, Freunde. Locker bleiben. Was wäre das für eine unfassbare Erfolgsgeschichte? Erstes Spiel. Und direkt erster Sieg. Das wäre so unglaublich. Das darf es ja keinem erzählen. Ja, ja. Steck dir deinen Drachen in Popo. Oh, da ist er. Nein. Nicht mit mir, Freundchen. Jetzt solltest du das so leiden. Da ist McGree. Scheiße. Ja, genau. Bis dann. Nicht schlecht. Ja. Und platt gemacht. Im 1 gegen 1 mit dem blöden... Lucky Luke. Schlecht. Ganz schlecht. Ja, komm, Freunde. Ach, haben es gleich, oder? Oh, fast gewonnen. Fast gewonnen. Noch ein paar Sekunden. Der letzte Push. Come on. Bring's nach Hause. Ist doch vorbei, oder? Ja, schau. Ist vorbei. Läuft bei uns. Wunderschönchen. Wunderschönchen. Und ich mit dem schönsten Bauchnabel. Oh. Soldier 76 mit einem schönen Skin, den ich von der Beta her nicht kenne. Sieg. Wunderherrlich. So, bin ich auch mit dabei? Ich bin... ...nicht aufgezählt. Okay, wen fangen wir denn gut? Wen fangen wir denn gut? Ja, Heilung muss man immer unterstützen. Heiler muss man immer unterstützen, damit sie wiederkommen. Hab ich das verpasst? Scheiße. Einen Bildschirm hab ich verpasst. Kurz im Stream nachgucken. Okay, natürlich überall Career-Best seh ich hier noch nachträglich. Sexy. Und es geht diesmal ans Attacken... Äh, ans Defenden, nehm ich an. Genau, Defend. Temple of Anubis. Ja, das Team baut sich langsam. Wir machen heute mal einen auf Gönner, ja? Und lassen... ...alle zuerst auswählen und gucken dann, was dem Team fehlt. Repair your defenses. Ja, komm, Freunde. Sucht was aus. Ich nehm dann irgendwas anderes. Kein Tank und kein Support. Okay, das hieße Roadhog wieder. Wäre ne Idee. Hm? Ist das so oder ist das nicht so? Hm? Komm, 20 seconds. Mr. Bona, gib ihm. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Da nehmen wir halt wieder Roadhog. so 60 sekunden zeit um sich aufzustellen da kann ich immer schön im twitter gucken also alle freunde die auf twitter nutzen ich habe natürlich ein account 140 zeichen liebe in jedem tweet das ist versprochen also schaut mal rein folgt und so weiter immer dieser gruppenzwang man will ja nichts verpassen oder 30 sekunden ich bin ein bisschen aufgeregt und für alle die die tastatur beim schreiben hören ja das könnte auch eine nachricht an euch sein wenn ihr denn im chat mal ein bisschen aktiver und so ne ok so auf nach vorne roten ok der weg ist ein bisschen weit das habe ich verzockt durchs blöde gechette verdammt ich komme und schauen wir mal erste welle auch reinhardt du nervst und nein nein ist er tot er ist tot er ist tot oh shit oh shit keine kontrolle was mache ich nur so ich werde geheilt das finde ich super fähige leute in meinem team sauber erste welle haben überstanden nichts passiert ganz entspannt nach vorne rennen ist unsinn liest man in jedem guide als erstes macht keinen unsinn in overwatch hier aufstellen ist glaube ich eine gute idee ach ich bin über das ding gelaufen gerade mich hat keiner gehalten ich habe keine fähigen mitspieler das war das das heal item hier so na wo sind die opfer kommt doch endlich die leute warten auf spaß dann heilen wir uns selber nochmal auf 600 hoch easy pickelns was ist denn da los wie sieht es denn aus das wollte ich nicht wie kann man halten mehr auch nicht mache ich das ah da sehen wir es sind eigentlich genug leute da ok ja ja nächster kill komm jungen oh nächster kill was ist denn hier los ich bin ja regelrecht on fire haha und gleich haben wir auch ein special nein nicht überdrehen nicht überdrehen wir müssen noch kommen ganz locker beim nächsten mal zwei opfer auf einen schlag gibt es direkt den special ja schlecht gezündet ein bisschen überzogen aber wir sterben nicht das ist doch bestimmt eine trofie wenn man ein spiel ohne sterben übersteht ja und die trofie unter euch oh hilfe 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 oh shit 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 oh ruhig so mal zeichensetzen ja noch weniger als zwei minuten das haben wir doch im sack leute das haben wir doch im sack geht oh das hat auch eine halb Ich habe irgendjemanden Eliminated, steht hier unten, finde ich gut. Noch einen Eliminated, also irgendwie kriege ich hier, sind das dann Assists oder was? Vielleicht spiele ich einfach nur gut, muss man da auch mal dazusagen, kann alles sein. Oh, fast erwischt, fast erwischt. Noch eine Minute durchhalten, Freunde. Dann hätten wir den ersten Sieg, ja doch, den ersten Sieg als Defender in der Tasche. Oh, der ist immer durchgebrochen. Da oben ist jemand durchgebrochen. Mein Einsatz verpennt. Jetzt haben wir ein bisschen den Zugriff verpasst, noch 30 Sekunden. Nein, nein! Nein, da bin ich noch umgefallen. War das tatsächlich noch ein Tod? Oder bin ich ohne wirklichen Tod durch das Level gekommen, durch die Runde? Ja, natürlich ich wieder nicht. Das erinnert mich an die Beta, da war es auch sehr frustig. Und? 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 Ich bin wieder nicht erwähnt. Also Leute, das war eine Riesenrunde. Das muss man doch mal sehen. Also... Naja gut. Äh... Damage blockt. Komm, du bist süß. Was haben wir? Sieben Kills. Death. Null. Tatsache. Keimer gestorben. Sieben. Eliminations. Und? Ich würde sagen, ich bin für die erste Nacht Overwatch on fire. Haha. So. Gucken. Bisher halten die Server auch gut. Muss man auch mal erwähnen. So. Attack. Attack. So. Genau. Wie gesagt, wir warten erstmal ein paar Sekunden, bis sich das Team gefunden hat. Dann können wir immer noch aussuchen. So. Jetzt haben wir noch... Oh scheiße. Scheiße. Ich hab gepennen. Wieder zu viel gechattet. Ah genau. Ich kann immer noch wechseln. Huh. Halt so wild, Freunde. Kein Stress. No tank hero. No support hero. Wir nehmen noch wieder den Roadhog. Huh. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Das wäre es jetzt gewesen. So. Jetzt stellen wir uns diesmal rechtzeitig hin. Was ist denn los? Kata. Mein Gott. Bist du genauso aufgeregt wie ich oder was? Ui. Ui. Das ist aber ein schlechter Dampf hier. Das sah auf meinem C64 früher besser aus. Mann, Mann, Mann. Für 60 Frames. Was tut man da nicht alles? Gell? Ich fähre nicht. Achso. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. So Freunde, auf geht's. Attack, attack, attack. Attack, attack. So, komm, 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 komm. Ja, okay. Mitten in das Kreuzfeuer stillen hält dann auch der Roadhog nicht aus. Oh, weiter geht's. Roadhog riecht wieder. Yeah, riecht wieder. Oh, oh, Winsten, hallo. Der ist doch bei mir, oder? Ich wollte schon sagen. So. Äh, was hat... Ach, wieder von hinten, ne? Von hinten wurde ich erschossen. Sniper oder sowas. Gut. Schön. Also, zwei Roadhogs ist natürlich supergeil. Wenn der eine mit der Kette holt, können beide drauf Schrotflinten. Und dann macht der zweite das mit seiner Kette auch. Oder nie noch was. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mit ein paar Freunden hier in den Kampf ziehe, ne? Team-Shooter logischerweise am allergeilsten, wenn man sich abspricht. Ja, die objective is mine. Sehr gut. Ah, wieder zwei Kills. Läuft bei mir. Komm, capture das Ding endlich. Mein Gott. Nein, 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 ich sterbe! Nein! Och, nee. Aber ich glaube, das Capturen habe ich noch mitgekriegt. Hat noch geklappt. Wieso? Klappt das? Oh, das klappt. Schön. Okay, von hinten abgeräumt worden, aber... Den komischen japanischen Bogenschützen aus dem Fenster gerissen mit der Kette. Das war mal ein kleines Highlight. Wie? So, du kannst kacken gehen, Kollege. Das gehst du- Wer ist zu viel? Oh, ich bin zu viel. Aber doch, ich bin zu viel. Bin zu viel. Oh, ich bin zu viel. Ich bin zu viel. Ich bin zu viel. Ich bin zu viel. So, ich bin zu viel. Ach, nee. Wird für mich mit als Kill gezählt. So, so. Jawoll, sehr schön! Ja, so langsam kriegen wir die Mechaniken raus. Da oben werden wir wieder beschossen. Holen wir den wieder runter. Hat leider nicht geklappt. Ja, dann müssen wir jetzt einfach durch. So, genug Leben haben wir noch. Ey, was ist denn hier los? Okay, jetzt musst du dich ja mal bewegen und uns nachlaufen. Penas. Jawoll. Kette und weg. Und der nächste. Ja, läuft doch hier beim Roadhorn. Bam, bam, bam. Fünf Killstreaks. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Nein, falsche Taster. Och, das war schlecht gespielt. Ich wollte eigentlich heilen. Oh, wie dumm. Ja, wir sind wieder auf einem guten Weg. Jetzt haben wir gleich den Checkpoint erreicht. Können wir uns abfeiern. Schön. Wunderschön. Ja, ich scheine eine gute Truppe beisammen zu haben. Oder die Gegner sind unfähig. Eigentlich egal. Hauptsache Sieger am Fließband. Experience Points am Fließband. Und dann können wir heute in der ersten Overwatch Live Session vielleicht auch ein paar Lootboxes öffnen. Da steht ihr doch so drauf. Ja, ist das hier eine Abkürzung oder irgendein toller Umweg. Der mich in den Rücken des Gegners bringt. Das wäre natürlich schön. Na, okay. Hier geht es nicht weiter. Hier auch nicht. Okay, verzockt. Aka verlaufen. Schreit mal weiter. Ne? Wenn ihr euch im Chat nicht meldet und mir sagt, dass ich mich gerade verlaufe, dann gehe ich einfach nochmal aus, dass ich richtig bin. Ja, hier ist es geballert. Ja, nicht schon wieder da runter. Das wäre Unsinn. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Genau, er sagt es schon. Sniper. Oh, hier. Mein Roadhog, Freund. Go Team Roadhog. Links rum. Oben mal aufräumen. Oh, hier ist ein Sniperpunkt. Der ist nicht für mich. Ich bin Nahkämpfer. Ah, shit, 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 shit. Oh, nein. Na gut, als Roadhog schleichen ist nicht so einfach. Oh, jetzt explodiert war es. So, von mir aus. So, und die Trulla ist jetzt ein bisschen abgehauen. Geflohen hier oben hin, vielleicht. Nein. Oh, shit, der Drache. Oh, nee. Ja, so richtig voran geht es jetzt gerade nicht hier. Oh, da habe ich gerade den Heilerbeam von der deutschen oder Schweizer Engelfrau gesehen. Das heißt, beim Heiler im Team finde ich hier schon mal charmant. Vielleicht geht da was. So, wir schieben das Ding an. Ja, genau. So, okay. Haben wir wenigstens den Bogenschützen mal rausgenommen. Und vielleicht ein bisschen Damage-Druck aus der Truppe, aber irgendwie nee. Ich glaube, jetzt ist es gleich mal so weit. Mit dem Special in die Runde zu ratzen. Ja, da sind wir doch schon. Nein. Ah, da war mehr drin. Aber wir kommen vorwärts, glaube ich. Jawohl, wir sind an so einem Crucial Point vorbei da an der ersten Kurve. Sehr schön. Da hat sich mein Special-Einsatz vollends gelohnt. Es wird Zeit, mich abzufeiern, Freunde. So. Weiter geht's. Ja, ein Hammer. Hammer für mich. Boah, ist denn hier los? Nicht wieder zurückschicken. Nein. Da haben sie sich gut kapassiert auf die Tür. Gibt es für mich nicht gut zu holen. Nur eine Minute. Jetzt muss was passieren. Muss was passieren. Jetzt werden wir sogar wieder zurückgedrängt. Oh, Mann. Ja, ja, richtig. Oh, abgekocht. Vom Soldaten-76. Es gibt ja glaube ich auch so was wie Overtime, wenn man kurz vor einem Punkt ist. Von daher, vielleicht kommen wir in diesen Bereich noch rein. Nein. Mitten im Kreuzfeuer stehen bleiben ist schlecht. Und ich glaube, das war's jetzt. Oh, es gibt Overtime. Aber die rennt schnell weg. Oh. Oh, weil wir das Ding jetzt gerade nach vorne schieben, wird die Overtime angehalten. Kommt schon. Oh, ich bin im Play of the Week bin ich dabei, allerdings als Opfer. Oh, krass ist schön. Und ich werde wieder nicht erwähnen, warum auch. Ja, hier, komm. Langsam frustet es schon wieder, wie in der Beta. So, nächste Runde. 15 Eliminations. Ich mein's langsam ernst. Oh, ich bin. ... ... ... ... ... ... was fehlt ein bilder und ein tank ja was soll man bleiben wir dabei nehmen wir den rotor solange das team in brauch und schauen mal was uns diese runde beschert ich glaube verteidigen können wir besser und ich zumindest mit meiner klasse wenn die leute in meine kette reinrennen müssen um zu gewinnen sehr charmanter spielmodus finde ich die hoof und hause bäm und bäm und bäm und bäm und bäm okay jetzt geht's los party time exe 5, 4, 3, 2, 1 Attacker ist in ihm. Descend, Objective A. God save, King. Oh. Oh, da kommt er mit seinem blöden Schild, der Reinhardt. Ui, hat geklappt, ui. Ui, hat geklappt, schön. Oh, weg, 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 weg. Jawoll. Schön hat er die Ecke, ein bisschen Apfelsaftschorle trinken. Oh. Er ist ja jemand hier reingesprungen. Wo ist der Penner? Wo ist der Penner? Da ist der Penner. Oh, nix gibt's zu holen hier, Kollege. Nix gibt's zu holen. So, ich höre Schritte. Böse oder nicht böse? Ich guck mal hier. Oh, einer muss sich ja das Päuschen angucken. Kein Opfer da, alles gut. Und down. Läuft. Ne, hier ist keiner. Hier ist auch kein Durchgang. Gleich kommt der Special. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Ja, aber das haben wir ja alles im Griff. Sieht sehr gut aus. Ui, schöner Kill. Bam. Das ist ja fast langweilig gerade. Völlige Kontrolle. Oh. Haha, komm sag ich's. Gar nicht nervig. Na, wo bist du? Wo bist du hingelaufen? Bam. Weg bist du. So. Nein, verdrückt. Oh, immer noch nicht so sicher. Na, die hätte ich fertig machen müssen. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Na, wo bist du? Wo bist du, Stück? Und weg. Sehr schön. So, ein bisschen was zu trinken aus der Pulle. Oh, Hilfe, Hilfe. Komm, heil nun. Genau so. Oh, das läuft ja hier. Haha. Ach, nein. Ach, wie schlecht. Ach, schade. Ach komm, eine Minute noch durchhalten. Dann wäre das doch höchst erfolgreich. Oh, Contestive finden wir nicht Busch. Get out. Armour up. Armour, come get it. Ach, Winston. Mein Gott. So, wieder einen abgeräumt. Sehr schön. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wieso was trinken? Jawohl. Läuft. Wir probieren sicher. Wir fliegen zumindest auf meinem Seite. Wechsel sie zurück! Start. Grundsolider Sieg für Team mich. Alle gut. Alles gut. Game of the Game. Oh, da bin ich zum ersten Mal auszuwählen. XXX, jawoll. So, erstes Drama des Abends, Shoki ist alle. Nun denn. Vielleicht gibt's im Nepal Schokolade. So. Too many Builders, kein Tank. Oh man, ey. Ich spiel heute Abend wahrscheinlich nichts anderes als The Roadhog. Ich bin ein ein Mann Apokalypse. Ich bin nicht ein Mann für Stannin' Around. Oh, ist das hier? Plants vs. Zombies. 5, 4, 3, 2, 1, Round 1, Capture the Objective. The greatest enemy is that which lies in the room. Jawoll, 1 gegen 1 gewonnen. Oh, 1 gegen 1 verlieren ist immer bitter. Immer bitter. Aber wir haben es trotzdem eingenommen. Sehr schön. Und jetzt Punkte sammeln. Komm, 100%. Come on. Ah, wie viel es rasselt, wenn die Kette hinter mir hergezogen wird. Zack, weg mir den. Gut, da wurde ich ein bisschen überramt an dem Punkt als einziger. Ja, jetzt nehmen sie uns den Punkt auch weg, glaube ich. Ja, ja. Aufstehen und weitermachen. Hoch, ich wurde geheilt. Oh, und dann weggenommen. Und da ist die Führung weg. So, einfach mal in den Punkt reinrennen und dann in Special zünden, ne? Was haltet ihr davon? Erstmal soweit kommen, ne? Ja, die sind schon wieder abgefangen. Oh, was? Oh, man. Wieder verdrückt. Also. Nein. Halb vorbeigeschossen. Na, sind wir, haben wir das Ding? Ja, wir sammeln, oder? Ja, wir sammeln langsam Punkte. Und Führung gleich wieder. Jawoll. Und nachsetzen. Komm schon, rein, 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 da. Roadhog. Sehr schön, wichtig. Abgeräumt den Sack. Ja, das sieht gut aus. Das dürfte die erste Runde für uns sein. Und das gleiche jetzt nochmal. Ach ne, man steigt ja dann. Ne, doch nicht. Man wechselt nur den Startpunkt, ne? Ja. Ach, guck mal hier. Schön, dass es geht. 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Let's bring it home. Bad guy. Oh, come on. Kommst du her? Kommst du her? Ah, wo besser? Mhm. Ja, hat noch geklappt. Trinken, 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 trinken. Gut. Aber weg. Und bam. Ah, Hilfe. Oh, das wird eng. Oh, das wird eng. Weg, 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 weg. Und trinken. Gut, alles gut. Gut, gut, gut. Läuft bei uns. Ja. Nein, wieder verrückt. Mann. Hey, mit der Kette ins Gesicht. Schöne Session. Sehr, sehr gut. Der Punkt gehört weiter in uns. Das dürfte ein... Ja, vielleicht sogar Sweep werden. Okay, kein Sweep. Immer schön zu sehen, wenn man sich nicht aufgibt, ne? Da muss die Heilerin doch fallen. Ja, wenn wir uns nicht allzu doof anstellen, sollte das kein Problem sein. Oben rechts sehe ich viele... ...Kills von meinen Kollegen. Ja, da müssen wir noch den Punkt gleich schon wieder... ...hinser kamen. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und einnehmen. Jawoll. Komm mal, da bin ich sogar dabei. Das sollte jetzt reichen. Oh, Hilfe. Oh, Scheiße. Ui, schön. Sehr schöner Sieg. Ich glaube, da habe ich auch was beigetragen. Immer ein schönes Gefühl. Der schöne Roadhog. Weg mit dir aus dem Spiel. Ja, aber natürlich nicht von mir. Ne, das wissen wir selber. Da bin ich nicht gut genug für. Ah, ja, gar nicht. Ich bin nicht gut genug für. Ah, wieder Career-Bests. Wunderschön. Am Anfang ist man immer so erfolgreich. Welcome to Greece. Ah, super Stimmung und wieder warten wir so was braucht die Truppe so langsam gewöhne ich mich an den Hakenmann Captain Hook könnte man ja auch sagen wenn man richtig kreativ ist auf geht's Roadhog schieß ein Tor Schieß ein Tor schön Hoch! Hoch! Ja, Massaker! Boah, direkt Gewalt! So, jetzt weg damit! Unser Punkt! Schön! Oh, scheiß Reaper! Scheiß Reaper! Und wieder rein, ins Vergnügen! Lucio, kommin' at you! I'm taking the point! Woah! Massaker! Wo sind eigentlich diese Tipps aus der Beta hin, wo immer erklärt wurde, bei dem Gegner versucht das zu vermeiden? Irgendwie sowas. Habe ich das ausgestellt? Gibt's das in der Vollversion nicht mehr? So, das sieht jetzt erstmal nach Klatsche aus. Ja, nach Klatsche sieht's aus. Haha! Einfach mal so weggezockt! Und BÄM! Basketball, cool! Oh! Yes! Senyata is here! Hello! Group up here! Möff uns! BÄM! Okay, okay, bin da da, bin da da! 2 1 Round 2 Capture the objective! 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 5 6 6 6 7 7 8 8 15 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 12 10 11 9 10 10 9 10 10 12 12 11 14 15 15 15 15 15 Na ja, den Grabenkampf auch mal jetzt. Ich habe gesagt, wir ziehen den Special nochmal und ich habe es getan. Ja, krasse Abzug, aber kommt der den besten Familien vor. Ja, natürlich der Drecks Reaper. Behindertste Figur im Spiel. Die! 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 Nee. So, nachdem das jetzt sehr deutlich war, gehen wir mal aus dem Spiel raus. Und öffnen mal, was ist meine hier, Hero Gallery, was kann ich mir hier angucken? Ah, mit dem Roadhog habe ich was gemacht. Was haben wir denn gemacht? Oh, wir haben Spray freigespielt. Und zwar... Oh, der ist so süß. Das nehme ich. Das ist cool. So, und jetzt öffnen wir zum ersten Mal Lootboxes. Oh, da ist was seltenes, rares, was immer. Spray ist langweilig, Spray ist langweilig. Player-Icon. Ja, besser als der Standard, ne? Man will ja irgendwo auffallen. Und noch ein Spray, langweilig. Nächste Box. Drei insgesamt haben wir uns verdient. Zweimal blau dabei, supergeil. Okay. Player-Icon. Das ist doch schon mal cooler, oder? 16-Bit ist cooler. Bam. Das Spray ist langweilig, das Player-Icon ist nicht ganz so cool. Und Spray ist langweilig. Und die letzte Box für den Moment. Spray langweilig, Spray langweilig. Soll das eine Faust sein? Nicht so cool wie das, was ich habe. Und Spray langweilig. So, keine Lootboxes mehr. Jetzt könnten wir theoretisch... Ah, Career-Profil, was können wir hier gucken? Also Player-Icons, ja. Jede Menge. Supergeil, ja. Geil, geil, geil. Ja, wir bleiben bei dem Fatzken. So, Hero Gallery. Jetzt könnte ich natürlich gucken, was ich mir alles erspielt habe. Viele Sprays. Interessiert mich nicht die Bohne. Highlights. Was kommt dann? Watch Highlights. Müsste ich mich mal informieren, was genau gespeichert wird. So viel Erotik haben wir noch nicht versprüht. Von daher... Spielen wir noch ein wenig weiter, solange es der Feieramt herlässt. Man findet sofort ein Spiel. Sehr sympathisch. Finde ich gut. Lalalalalala. Halbes Stündchen Kraft habe ich noch. Die Pringles lachen mich an, aber nein. Lasst uns standhaft bleiben. Und schauen. Was fehlt der Truppe? Nichts. Alles perfekt verteilt. Ich könnte frei wählen. Dann mache ich das jetzt mal. Ja. Die war ganz cool. Denn mit ihrer Waffe kann sie ja glaube ich... Snipern und normal aufs Gesicht. Das ist normal. Genau. Und Snipern. Genau. Und dann aufladen sogar. Und Bäm. Okay. Supergut. Dann machen wir das mal. Gucken. Zum ersten Mal... Kein Tag. Und Management hier. No. 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 Hi. Erster Kill. Bad. selber weg gesnipert worden in Bewegung bleiben älteste Regel in online so eingefroren nicht so schön und abgekocht. Was hat die überhaupt für Fähigkeiten. Eine Mine mit Poison und zum hochziehen was. Und dann haben wir Provide, das ist schön. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, sollten wir mal Gas gehen. Ist der Reifen da in mir explodiert? Nicht cool. Ob das noch was gibt? Und dann noch das 1 gegen 1 beim Snipern verlieren und das war eine gebrauchte Runde. Hui, die Reifen tatsächlich nochmal an. Ja, kein Abzug. I've got you in my sights. Oh, ich fürchte eine Lootbox kriegen wir heute noch. Da müsste ich schon sehr blöd anstellen. Yeah, gute Stimmung hier. In Numbani. Ui, not enough players. Ach, guck mal. Da ist das Spiel so intelligent und sagt, schmeißen wir sie alle in ein neues Spiel. Why not? Dafür geht es jetzt nach China. In die Volksrepublik. Die Volksrepublik. Oh ja. Oh ja. Was fehlt? Too many snipers, no support heroes. Ja, die ist so süß, nehmen wir sie mal. Gucken mal was dabei rumkommt. So, nochmal kurz gucken, was war was? 5, 4, 3, 2, 1, round 1, capture the objective. Let's get you back out there. The dragon awakens. Enemy contact. Catch one diamond eyes. Off of the volume. Hm. Powered up. The object will be ancient now. Get back! Stop. Let's get you back out there. Ich kann den Streit auffallen, das kann ich. Ich kann den Streit aufnehmen. 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 Grundsolide. Ich kann den Streit aufnehmen. 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 Ja, hält nix aus. Hält nix aus, die Trollah. I've got you in my sights. You're ready to do some damage. Working, optimize, captivating, self-suffering. I'm under attack, patching you up. Heroes never die. Die, die, die. Enemy fire. Damage, amplify. Sniper, don't get cut. Taktial visor activated. Nee, da kommt nix bei rum. Ach, jetzt wollen wir das Ding tatsächlich noch holen? Nein. Ich bin fast in der Sprache. Ich bin fast in der Sprache. Es ist gut, um zurück zu Hause zu sein. Tja, lo. Ich bin fast im Kampf. Es ist gut, um zu Hause zu sein. Ja. Auf geht's. Ja. Nur dezent sinnvoll, was du da gemacht hast. Ja, was ist das denn für ein Horst, ey. Was ne Blödsinsaktion. Ja. Und abgekocht. Ja, warst du schon? Zweite Runde war ja schon mega abkacka. Oh. Was ist denn hier los? Komm, Junge. Ich bin sicher. Ich kann mich nicht mehr anstrengen. Oh, lass mich. Ja. Pachteln, du wirst. Wir sind gleich in der Lage. Dr. B. Nein, irgendwie ... keine gute Phase da, ne? Ja ... Das soll's ja jetzt gewesen sein. So ... 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